Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Heute ausnahmsweise mal am Sonntag, wie gesagt, ich habe es gestern leider zeitlich nicht geschafft, aber ändert ja im Endeffekt gar nichts daran. Morgen geht dann wieder richtig die Post ab. Wir hatten eine spannende Woche hinter uns. Wir hatten die Fake-ETF-News im Kryptobereich. Währenddessen hatten wir an den Stockmärkten leichte Abverkäufe. Gold weiterhin extrem bullish hat, unseren dritten Take-Profit erreicht mittlerweile. Wir sind mittlerweile auch short-positionierter. Auch das werden wir uns natürlich anschauen. Und wie wir uns auch in Forex-Märkten diese Woche möglicherweise wieder ein bisschen positionieren könnten, all das werden wir uns jetzt im heutigen Marktausblick anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auch noch mit dem aktuellsten Bitcoin-Update von gestern. Und weiterhin natürlich, wenn ihr Bock habt, ein Merch-Paket von BingX zu gewinnen, meldet euch da gerne an. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem findet bald ein Event statt in München. Schaut euch das gerne an. Das ist auch in der Telegram-Gruppe angepinnt. Muss ich mal ganz kurz suchen. Noch ein bisschen weiter oben. Hier. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Findet am 4.11. um 17.30 Uhr statt in München. Also wenn ihr darauf Bock habt, meldet euch da gerne an. Wird eigentlich ein cooles Event. Ich bin vielleicht auch dabei. Ich weiß es noch nicht ganz, ob ich es zeitlich schaffe. Aber wird auf jeden Fall ein cooles Event. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wir fangen an wie immer mit dem US-Dollar, der diese Woche etwas bearischer reingekommen ist. Muss man fairerweise so sagen. Also wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass vor allem dieses Golden Pocket hier oben, also dieser Hit ins Golden Pocket, möglicherweise so eine kleine Trendumkehr stattfinden lassen könnte. Genau das ist jetzt im Endeffekt diese Woche passiert. Es ging in einer gewissen Seitwärtsrange weiter. Wir sind dann nochmal ins Golden Pocket gekommen. Und haben gleichzeitig unseren ehemaligen Support, diese gelbe untere Linie hier, haben wir als Widerstand noch einmal getestet. Daraufhin ging es nach unten. Positiverweise, und das ist das, was uns in den kleineren Timeframes momentan noch etwas davon abhält, weiter abverkauft zu werden, haben wir kein tieferes Tiefgebild. Also wir hatten am Freitag noch einen relativ guten Close. Trotzdem spricht es jetzt nicht unbedingt für Stärke, die wir jetzt hier beim DXY derzeit zumindest sehen. Wir wissen, unten im Nahen Osten, Krieg USA mischt sich immer weiter ein. Dollar möglicherweise. Da ein bisschen in der Bredouille müssen wir uns mal noch ein bisschen genauer abwarten, wie sich das jetzt weiter ausartet. Trotzdem, nächster Support auf 4 Stunden Basis ist dann hier unten unser Tief bei 105 circa. Und wir sehen hier noch diesen impulsiven Move, den wir hatten, nachdem Poul auch nochmal geredet hat, wo wir ja auch im Endeffekt live dazu waren. Müssen wir mal gucken, ob das möglicherweise noch gefüllt wird im Laufe der Woche, weil genau dieser Bereich hier unten könnte unser Trendumkehrbereich sein. Sollten wir hier tiefer drunter schließen, sieht es für einen Dollar ziemlich übel aus. Und dann sind auch hier die 104 auf jeden Fall wieder drin. Sollten wir hingegen hier unten nur so ein kleines Fake-Out sehen. Das heißt, wir kriegen hier nur so einen kleinen Dip drunter, schließen aber dann wieder drüber. Dann könnte das neue Liquidität bedeuten. Und der Dollar könnte seinen Run in Richtung 107 oder sogar hier oben in 108 rum, also diese Marke hier oben, wirklich nochmal erreichen. Also das sind jetzt mal so die Ziele für die XY diese Woche. Ich gehe davon aus, dass wir aufgrund eben dieses zweifachen Hits ins Golden Pocket und dann noch eben dieser Doppeltop-Formation, die wir hier haben, wirklich nochmal ein bisschen tiefer gehen, die Liquidität holen. Und dann sollten wir hier drunter schließen, wäre das wirklich eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, wir versuchen hier einen kleinen Short, nachdem das hier eben bestätigt ist, oder dann eben eine neue Long-Position beim US-Dollar gegenüber auch natürlich dem Euro. Schauen wir uns dann mal rüber zum Euro. Wie sieht es dort aus gegenüber dem US-Dollar? Wir sehen natürlich genau das Gegenteil, was wir gerade beim US-Dollar gesehen haben. Leider wurde unsere Long-Position, die wir hier letzte Woche drüber gesprochen haben, hier unten in dem Bereich bei 1,048 Euro nicht abgeholt. Wir sind nur hier ins Golden Pocket reingekommen, war aber auch im Endeffekt anders geplant. Also geplant war, wie gesagt, unten die Liquidität an den Wicks abzuholen. Das Golden Pocket war mir, das habe ich auch letzte Woche im Marktausblick dazu gesagt, ein bisschen zu riskant hier in eine Long-Position reinzugehen. Jetzt, wie gesagt, ist erstmal die Chance hier ein bisschen vertan, je nachdem, wie der Dollar im Endeffekt jetzt zu Wochenbeginnern performt. Und kriegen wir im Endeffekt wirklich diesen negativen Rausch nach unten. Es ist gut möglich, dass wir beim Euro nochmal eine leichte Erholung sehen, sogar bis hier hoch auf knapp 1,07 Euro, nachdem wir jetzt gerade bei 1,06 Euro liegen. Wäre ganz gut sogar, weil wir hier oben die 4-Stunden-Supply-Zone haben als Widerstand. Das würde dann bedeuten, Dollar runter in unsere Support-Zone, die wir eben gerade besprochen haben, und den Euro dafür genau gegenteilig hier hoch in unsere Widerstand-Zone. Und dann kommt es eben darauf an, wenn der Dollar im Endeffekt wirklich dann seine Erholung startet, können wir hier oben eine schöne Short-Position aufbauen, bis dann runter ungefähr auf 1,04 Euro. Also das ist jetzt erstmal der grobe Plan. Würde meiner Meinung nach sehr, sehr viel Sinn ergeben für die kommende Woche. Und ja, mehr brauchen wir uns ehrlich gesagt dort auch nicht angucken. Deswegen gehen wir jetzt auch gleich rüber zu den traditionellen Märkten. Fangen an mit dem Dow Jones. Wie sieht es dort aus? Relativ übel. Einerseits, es wurde die Short-Position nicht abgeholt. Ihr seht hier oben das Setup, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, am Golden Pocket, hier am Übergeordneten, wurde nicht abgeholt, um, sage und schreibe, jetzt muss man mal gucken, 30 Dollar, das ist ärgerlich. Aber gut, was wir mal machen, da hat das Golden Pocket halt nicht gezogen. Daraufhin kam im Endeffekt genau die Reaktion, die wir hier oben erwartet haben. Man hätte sagen können, okay, dass man die Supply-Zone hier noch ein bisschen tiefer, aber auch dann wären die Dinge nicht abgeholt worden, die Position. Also was wir mal machen im Endeffekt, ist halt jetzt so, wir haben den Abverkauf gesehen daraufhin, es ging jetzt deutlich nach unten, eine Long-Position läuft weiterhin noch und wir kommen jetzt hier erstmal in den Support. Und was hier für Möglichkeiten noch sind, wenn wir das jetzt Ganze mal so ein bisschen übergeordnet wieder einzeichnen, wenn es dann funktionieren würde, so, jetzt aber hätten wir hier die wunderschöne Chance auf den doppelten Boden. Das heißt, noch einmal in diese Support-Zone, vielleicht die Wicks hier unten und vor allem diesen impulsiven Move, den wir hier noch hatten am 6. Oktober, dass wir diesen Bereich hier nochmal füllen, die Liquidität aufsammeln und dann im Endeffekt den Run nach oben hin vorstellen. Das wäre eine perfekte Trendumkehr, nachdem es dann wirklich seit Juli 23 hier sturstrax nur nach unten ging, jetzt mit einem doppelten Boden und dann eben dieser impulsive Move nach oben. Das heißt, für alle, die noch nicht Long sind, wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt dann am Montag oder Richtung Montag Long-Position zu eröffnen. Würde ich sogar überlegen, jetzt hier schon in diesen Bereich reinzugehen, weil wir eben hier schon die 4 Stunden die Mahn-Zone haben. Stop-Loss würde ich auf jeden Fall unter diese Zone setzen. Das heißt, bei ungefähr 32.700 bis 32.600 vielleicht nochmal zur Absicherung diesen Wick hier unten mitnehmen. Das heißt, wir hätten einen Risk von ungefähr 1,3%. Das ist absolut möglich. Vielleicht starten wir am Montag dann sowieso gleich nochmal ein bisschen tiefer, wenn die Futures eröffnet würde. Das würde sogar noch besser passen für das Zeta. Aber das ist jetzt erstmal so die Long-Position. Wäre perfekter doppelter Boden auf dem 4-Stunden-Time-Frame, um dann im Endeffekt die Trendwende nach oben hin mitzunehmen. Im ersten Take-Profit würde ich dann aber auf jeden Fall hier oben schon bei 33.500 nehmen spätestens. Ist schon relativ viel. Aber weil wir hier noch eine kleine Ineffizienz haben zu füllen. Also hier bin ich auf jeden Fall Long eingestellt für die kommende Woche. Wir gehen auch gleich noch auf die News an, die vor allem dafür sorgen könnten, dass wir Montag bis Mittwoch auf jeden Fall komplette Erholung kriegen. Donnerstag und Freitag müssen wir uns da nochmal ein bisschen genauer im Detail anschauen. Ansonsten, ich glaube nicht, dass wir hier einen extremen Abverkauf weiterhin sehen, weil dafür diese Erholung jetzt zu kurz war meiner Meinung nach und die ganzen News, die da draußen sind, eigentlich schon wieder zu prägnistiziert sind, dass wir im Endeffekt genau das Gegenteil machen. Klar, wir haben bearishen News durch Krieg etc. pp. Aber wenn die Masse denkt, es geht runter, wird es wahrscheinlich einfach nicht runtergehen. Und das ist erstmal die Devise, die ich für diese Woche fahre. Gehen wir rüber zum SPX. Hier haben wir im Endeffekt das allergleiche Beispiel. Wir sind nicht ans Golden Pocket hier hochgekommen. Wir haben wieder mal nicht diese Ineffizienz gefüllt. Das heißt auch hier, Short-Position wurde nicht abgeholt. Können wir jetzt erstmal wegmachen. Daraufhin gab es den ersten Abverkauf, der meinen Trade in den Stop-Loss ausgelöst hat, wo im Nachhinein aber ich sagen muss, es war eigene Dummheit. Es war kein öffentlicher Post. Für mich jetzt die nächste Long-Chance wäre jetzt sogar hier im Endeffekt, da wo jetzt der Trade ausgestoppt wurde bei mir, bei 4.220 Punkten, weil wir im Endeffekt das gleiche Beispiel haben wie beim Dow Jones. Wir haben einen schönen doppelten Boden hier erstmal gebildet. Wir haben einen sehr, sehr massiven und schnellen Abverkauf gesehen noch am Freitag. Meiner Meinung nach weiterhin einfach zu schnell, wie diese Bewegungen vonstatten gehen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir eben auch hier nochmal ein tieferes Tief kriegen, minimal, vielleicht sogar hier runter bis auf ungefähr 4.200 Punkte und dann eben die Trendwende nach oben hinkriegen oder zumindest mal hier oben endlich mal dieses Gap hier füllen, was wir jetzt schon zwei, dreimal einfach nicht abgeholt haben und unsere Short-Position damit natürlich auch nicht. Ist leider so. Wie gesagt, war jetzt nicht gerade eine mega bullische Woche beziehungsweise eine mega performante Woche, aber machen wir das Beste raus in der nächsten Woche. Ansonsten Stop-Loss technisch. Wie gesagt, solltet ihr jetzt hier reingehen, würde ich auf jeden Fall Stop-Loss bei 4.142 Punkte legen, weil wir hier einerseits natürlich noch diesen großen Support haben, andererseits auch hat es hiermit zu tun, und dass wir hier an diesen Hochpunkten beziehungsweise Tiefpunkten dann auch nochmal als Support hatten bei ungefähr 4.167 Punkten. Also das würde jetzt für mich die Long-Position für die nächste Woche bedeuten. Wie gesagt, ich bin da erstmal bullisch, was das anbelangt und den Rest schauen wir dann. Gehen wir rüber zum Nasdaq. Wie sieht es dort aus? Hier im Endeffekt auch nicht das passiert, was wir letzte Woche gedacht haben, dass wir hier im Endeffekt ein höheres Tief reinkriegen, Trendwende kriegen. War leider nicht so. Wie gesagt, die Short-Position, die läuft weiterhin. Denn da müssen wir uns keine Gedanken machen, würde ich euch auch nochmal raten, nochmal einen Take-Profit auf jeden Fall zu nehmen. Das heißt, Take-Profit 2 würde ich dann jetzt hier, würde ich am Montag dann direkt nehmen. Und wer nicht in der Long-Position hier derzeit drinnen ist, wäre auch die Möglichkeit dann hier unten bei ungefähr 14.500 Punkte. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, im Endeffekt einen Hedge aufzubauen. Wir haben die Short-Position offen, wir können die Long-Position öffnen und von hier aus dann im Endeffekt auch die Trendwende mitnehmen. Ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass es deutlich, deutlich tiefer geht, dass wir die Liquidität hier nochmal abgreisen. Bei dem 14.456 sehr, sehr gut möglich. Aber nicht, dass wir hier nochmal unter die Marke von 14.290 Punkte fallen. Weil wenn wir uns das mal das gesamte Jahr einfach angucken. Wir hatten ein extrem bullisches Jahr. Es ging sehr, sehr exorbitant nach oben. Beim Nasdaq sowieso, weil wir hier sehr, sehr viel aufzuholen hatten. Aber das ist ja jetzt im Endeffekt komplett nochmal eine Biege gemacht. Und wir hier eine komplette Trendwende nach unten hin sehen, das sehe ich einfach derzeit nicht. Ich glaube nicht, dass wir nochmal einen dramatischen oder riesigen Abverkauf jetzt schon sehen, weil dafür hatten im Endeffekt viel zu viele Leute Zeit, hier im Endeffekt diese ganze Bewegung runterzuschorten. Auch wir natürlich. Deswegen gehe ich jetzt davon erst einmal aus, dass wir hier weiterhin long gestimmt sind in der kommenden Woche. Sollte man jetzt long gehen, wie gesagt, Risk würde ich auf jeden Fall hier runterlegen bei 14.200 Punkte. Das wäre der Stop-Loss. Das heißt 2,5%. Aber gut, 50% sollte man die Position sowieso nur so groß machen, wie im Endeffekt die Short-Position offen ist. Und dann kann man im Endeffekt hier schön nach oben hin reinhätschen. Das ist der Plan bei den Nasdaqs oder beziehungsweise bei den Stocks jetzt erstmal. Wie gesagt, nochmal kleiner Abverkauf, dann auf jeden Fall eine bullische Trendwende. Gehen wir rüber zu den News. Da wie gesagt, relativ ruhig. Wir kommen jetzt gleich nochmal auf den DAX zu sprechen natürlich. Da haben wir am Montag die VPI-Daten um 15 Uhr, das heißt die Verbraucherpreisindexe, Inflationsdaten. Ansonsten Montag sonst sehr, sehr ruhig, was USA anbelangt. Bruttoinlandsprodukt am Dienstag dann. Also eher der Fokus diese Woche auf die Eurozone. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, wie gesagt, bei der DAX-Analyse gleich. Und ansonsten Mittwoch nichts in den USA. Das heißt, Montag bis Mittwoch wird sehr, sehr ruhig werden, bis auf diese JOLS-Stellenangebote für den September um 16 Uhr am Mittwoch. Aber ich denke nicht, dass das große Auswirkungen haben wird. Ansonsten Produktivität außerhalb der Landwirtschaft dann am Donnerstag. Das heißt, da sind schon ein bisschen so die Vorboten für den Freitag. Und der Freitag wird dann echt massiv. Wir haben einerseits Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Das heißt, die Non-Farm-and-Payrolls. Wir haben die Arbeitslosenkurte, wir haben Einkaufsmanager-Index und die durchschnittlichen Stundenlöhne. Das wird Freitag komplett nochmal zerreißen können. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch, möglicherweise auch noch Donnerstag sollte eigentlich relativ ruhig werden, beziehungsweise mit bullischen Tendenzen. Und sollten die Zahlen am Freitag absolut bullisch sein, wird es dann für die Märkte wahrscheinlich dann wirklich der endgültige bullische Durchbruch erst einmal werden. Außer wir kriegen natürlich noch irgendwelche negativen News aus dem Nahen Osten. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich rüber zum DAX. Wie sieht es dort aus? 14.800 Punkte. Wir kommen, beziehungsweise wir hatten jetzt auch wieder einen massiven Abverkauf diese Woche. Also überhaupt nicht bullisch gewesen. Wir haben den Hit hier oben gesehen, wo wir darüber gesprochen haben. Das war so die Trendumkehr. Bei den 15.550 haben wir nicht geschafft. Daraufhin ging es diese Woche deutlich nach unten. Ich gehe aber, wie gesagt, auch beim DAX nicht davon aus. Und auch hier im Endeffekt diese Formation, die wir seit Jahresanfang hatten. Wir hatten ein extrem bullisches Jahr, wenn wir uns das mal so angucken. Und jetzt eben dieser Bogen. Ob es das jetzt wirklich schon war? Ganz ehrlich, ich glaube daran. Ich glaube, dass wir hier auch noch so eine kleine Jahresendrallye sehen. Deswegen auch hier jetzt die Position. 14.800 Punkte überlege ich mir, die Longposition reinzugehen. Da werde ich am Montag nochmal was dazu sagen. Je nachdem, wie wir öffnen. Aber hier vielleicht nochmal die Liquidität im Endeffekt abkreisen. Hier in dieser Box. Und dann sehe ich auch hier erst einmal die Trendwende kommen. Mir ist das alles momentan ein bisschen zu bearish für die Masse dargestellt. Weil einfach zu viele Chancen gegeben wurden. Deswegen rechne ich einfach nochmal eben mit dieser Erholung. Die Frage ist, ob wir diesen Wick hier unten noch holen. Bei den 14.450 Punkten gehe ich erst einmal nicht davon aus. Würde auch das Setup eigentlich ein bisschen deutlich verschießen. Mit 2,42%. Man kann es aber im Endeffekt wirklich probieren. Oder man sagt, man macht zwei Entries. Werde ich dann, wie gesagt, am Montag nochmal ein bisschen was dazu sagen. Dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt rein. Versuchen uns dann nochmal einen zweiten Entry dann hier unten zu suchen. So an diesem Wick möglicherweise. Dann hat man auch das Risk auf ungefähr 1,2% minimiert. Macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. Damit haben wir weniger Risiko. Und haben aber möglicherweise auch eine schöne Swing-Position für das Ende des Jahres offen. Ja, dann war es das schon zu den, ich sage jetzt mal traditionellen Märkten. Gehen wir noch rüber zu Gold. Gold habe ich ja schon im Video am Freitag dazu gesagt, dass ich jetzt hier short bin. Also für alle, die es mitgenommen haben, Position wäre sogar noch fast ausgestoppt worden. Wir sind jetzt ziemlich hier wieder am Entry angekommen. Wir haben übergeordnet. Das ist jetzt der wichtige Punkt, das Golden Pocket gehittet. Wir haben auch, was man dazu sagen muss, minimal ein höheres Hoch auf 4-Stunden-Basis. Wobei ich das nicht wirklich als mega tendenziell bullisches Hoch jetzt erwarten würde. Wir haben auf jeden Fall die Liquidität in diesem Bereich jetzt hier endlich mal abgegrast. Möglich wäre, wie gesagt, noch hier oben die 2.000-Dollar-Marke. Deswegen habe ich gesagt, wir gehen einen Stop-Loss hier oben auf 2.400 Dollar, damit es wenigstens minimal noch abgesichert ist. Ansonsten gehe ich diese Woche davon aus, sollte sich es wirklich mal ein bisschen beruhigen, dass wir beim Gold zumindest mal eine kurzfristige Trendwende nach unten hin sehen. Deswegen auch die Short-Position. Wie gesagt, Take Profit 3 bei der Long-Position wurde gefüllt. Wir haben hier erst einmal kein Risiko, bis auf eben diese kleinere Position. Aber das Risiko meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall wert. Und sollten wir dann hier runterkommen, ich sage jetzt mal zwischen 1.955 und wirklich hier 1.920, würde ich auf jeden Fall überlegen, die Gold-Long-Position wieder zu verdoppeln auf die ursprüngliche Größe, um dann im Endeffekt wirklich auch hier nochmal eine längerefristige Position in Richtung All-Time-High laufen zu lassen. Also das heißt, wir sind hier jetzt erst einmal short. Wir haben den dritten Take Profit beim Long gefüllt. Das heißt, die Long-Position wird erstmal nicht angegraben. Die bleibt offen. Sollte sich da was tun, werde ich natürlich Bescheid geben. Ansonsten die Short-Position jetzt erst einmal getriggert. Wie gesagt, ziemlich auf Entry derzeit, wo wir liegen. Und dann den ersten Take Profit würde ich hier unten auf jeden Fall bei 1.900, machen wir 58 auf jeden Fall nehmen. Den zweiten dann hier unten bei ungefähr knapp 1.900. Wir machen mal ein bisschen höher. 1.940 und den dritten dann bei 1.922 Dollar. Ja, ansonsten gibt es wenig zu sagen. Krypto-Update habe ich ja gestern schon ein bisschen ausführlicher was dazu gesagt. Wir sind jetzt hier an einem massiven Widerstandsbereich angekommen, an diesen Hochpunkten. Gestern immer wieder versucht, hier oben an diesem Bereich dran zu kommen beziehungsweise durchzubrechen. In der Spitze sogar mal ganz kurz auf 30.400 US-Dollar gestiegen. Weekly Close, habe ich gestern im Video dazu gesagt, wäre ultra-bullish. Sollten wir über der Marke von 30.300 US-Dollar schließen. Wäre mega-bullish. Und dann können wir auch locker Richtung 31.800 oder sogar 33.000, 34.000 US-Dollar steigen. Sollten wir so schließen wie jetzt, ist es so ein 50-50-Ding. Wir haben zwar hier die Supply-Zone jetzt erst einmal durchbrochen. Auf Weekly Sicht sollten wir uns darüber halten, ist es einfach 50-50-Möglichkeit, dass wir entweder abverkauft werden oder die Reisen nach oben hin fortsetzen. Also Krypto momentan extrem schwierig. Wir haben Luft, je nachdem wie wir schließen, auch wenn wir jetzt so schließen, im Endeffekt bis 33.000, 34.000 US-Dollar. Die Frage ist, lässt der Markt das mit sich machen? Warten wir jetzt einfach mal ab, wie der Weekly Close ist und dann sehen wir im Endeffekt weiter. Wichtig, wie gesagt, sollten wir die 33 brechen, haben wir auf jeden Fall eine höhere Chance, dass unser mögliches Head-and-Shoulders-Chart-Pattern hier erstmal invalide ist, weil die rechte Schulter dann höher als die linke war. Aber wie gesagt, warten wir jetzt erstmal ein bisschen ab. Wie gesagt, ich bin bullish, was die Stock-Märkte nächste Woche angeht. Ich bin ein bisschen bearischer, was Gold angeht. Und ja, die XY schauen wir einfach mal wo, oder beziehungsweise die Forex-Märkte schauen wir mal, wo die Richtung hinführt. Ansonsten war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann morgen früh in aller Frische zu einem neuen Update-Video. Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer.